Hey Leute, mein Name ist EpicSun und heute spielen wir eine neue Runde The Escapist hier in Minikraft. So, neuer Tag hat begonnen. Embrisoner whispered mir wieder zu, das ist schon schön. Heute versuche ich, heute werde ich unbedingt den zweiten Job kriegen, beziehungsweise heute kriege ich auch safe den zweiten Job. So, irgendwie fehlt ein Insasse, mein Kollege fehlt. Fehlt der? Oder ist der wieder auferstanden? Ich weiß es nicht. Wir haben in der letzten Folge die Socke gefunden und zusätzlich noch ein bisschen Geld. Genug Essen haben wir sowieso und heute will ich auf jeden Fall, beziehungsweise wir werden auf jeden Fall den Job bekommen. Trainieren werden wir und dann werden wir mal gucken, ob wir zum Generator kommen, den vielleicht ausschalten und dann demnächst echt mal aus dem Gefängnis ausbrechen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Was ist denn, wenn wir nicht dahin gehen? Guck mal hier, ich bin mir nicht sicher mit meinem Job. Ich bin mir echt nicht sicher mit meinem Job. Oh, da ist ein Guard. Was ist, wenn wir den töten? Was ist, wenn wir den töten? Die gehen alle da hinten brav rein. Und jetzt töten wir den. Oh Gott. Vor allem, ich habe es unten im Inventall. Der sieht es doch sowieso. Den töten wir jetzt einfach. Wir haben keine Rüstung. Wir haben keine Rüstung, aber wir können ihn töten. Wir können ihn töten. Och ohne. Oh nein. Ich dachte schon, der rennt weg. Das Problem ist, ich bin gleich da und ich bin da und ich habe mein Geld verloren und alles. Ich habe mein Geld und alles verloren. Ach nein. Ich habe mein Geld nicht verloren. Ich habe mein Geld nicht verloren, aber meine Waffe habe ich verloren. Ach, verdammt. Das war nicht gut. Jetzt habe ich meine... Aber die Waffe war sowieso low. Man kann sich viel, viel bessere Waffen kaufen. Ich kann auch ins Gym gehen in der Zeit, wisst ihr? Ich kann auch einfach trainieren. Das ist ja scheißegal. Bis ich endlich arbeiten darf oder kann. Derzeit kann ich halt echt trainieren. Und ja, ich hätte ihn mal ein bisschen. Okay, jetzt ist endlich Work Period. Und ich hoffe, ich habe meinen Job verstanden. Er wurde ja auch mal erklärt, aber ich habe das einfach nicht gelesen. Cleaning Brush. Also, ich hoffe, ich muss einfach mit rechts oder links klick gedrückt. Der ist wieder da. Der Punkt ist... Ist das richtig? Ich kann hier nichts machen. Ja, ich muss tatsächlich die alle einfach ausbuddeln, sage ich mal. Und dann den Dreck wegbuddeln. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt alles machen muss in der Jobzeit. Da bin ich mir echt nicht sicher. Aber ich sehe keine. Oh, ist hier ein Loch? Ich weiß es nicht. Okay, ich sehe keine. Und ich will echt mal so langsam aber sicher ausbrechen. Ich habe null Intelligence bekommen. Wie kriege ich Intelligenz? Wie kriege ich verdammt Intelligenz nochmal? Wie kriege ich das hin? Hier ist noch Dreck. Oh, ich will das schaffen alles in der Work Period. Also, muss man echt alles sauber machen? Und dann kriegt man Intelligenz? Oder wie ist das? Jetzt ist Gym. Ich war noch nicht fertig mit Arbeiten, verdammte Kacke. Guck mal, jetzt hätte ich, glaube ich, alle gemacht. Aber ich habe keine Intelligenz bekommen. Ich habe kein Geld bekommen. Ich habe nichts bekommen. Ist das richtig? Ich denke nicht. Ich weiß es nicht. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Habe ich mich erschrocken. Ich bin auch brav im Gym. Oh nein, nicht schon wieder in die Isolationshaft. Okay, Leute. So lange sehe ich jetzt reichen. Ich brauche Geld. Ich will einen Job. Ich will einen Job. Ich will Geld. Und damit will ich einfach verdammt nochmal ausbrechen. So, ich trainiere jetzt hier auf jeden Fall. Wir haben schon 36 Stärke. Also, auf 100 schaffen wir das sowieso noch. Also, 100er Dings wäre schon ultra nice. Ja, 100 machen wir safe. Und dann Speed auch 100. Also, das geht ja, glaube ich, auch nicht mehr runter. Ich weiß es nicht. Wir haben lange nicht trainiert. Vielleicht geht es wieder runter. Aber ich trainiere ja sowieso jeden Tag, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Ähm, das ist schon cool gemacht, ehrlich gesagt. So, 36 haben wir schon gleich. Schön 40. Ah, ne, Quatsch. Oh, ich schaue falsch. Bin ich dumm. Stärke geht ja hauptsächlich durch den Punching Back nach oben. Äh, Free Period. Da kann ich eigentlich gerade weitermachen. Ich kann eigentlich gerade weitermachen. Aber ich glaube, durch den Job. Ich muss mir die ganze Jobaktion nochmal durchlesen. Das ist echt scheiße. So, was ist hier? Job Cleaner und hier ist der Job Center, ne? Ne. Moment mal. Job Center ist hier. Genau, genau, genau. So. Klick ist... Ja, klar. Das habe ich schon. Ähm. You have the Cleaner Job now. Aber kann ich nicht arbeitslos sein? Ich will nochmal die Erklärung vom Cleaner Job haben. Wie wäre das denn? Intelligence 0. Intelligence... Ihr redet halt nichts, aber ich habe... Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich halt echt mehr... Ähm... Mehr arbeiten als einmal. Aber das wäre heftig. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich echt ein bisschen in dem Job arbeiten und dann werde ich ja sehen, ob das was bringt oder nicht. Ich habe übrigens, by the way, jetzt habe ich 50 Stärke ja falsch geschaut. Ich habe richtig dumm geschaut. Ähm, 50 Stärke, 51 schon was ultra nice ist. Also wir haben schon... Bringt das pro Schlag... Das bringt ja nicht pro Schlag was, ne? Nein. Schade. Schade, dass es nicht pro Schlag was bringt. So. Wenn der eine Umfeld, kann ich ja den anderen weiterhauen in der Zeit. Ja, okay. Der fällt nicht so lang um, leider. Aber dann können wir schon mal zwei bearbeiten und nutzen die Zeit perfekt. Dass wir immer was zum Schlagen haben. So 100%. So, Evening Mail. Ähm, das kann ich jetzt hier eigentlich auch schon machen. Guck, wie der da schon wieder dasteht. Aber so einen Officer, den kriegt man echt nicht down. Und also dafür bräuchte ich bessere Rüstung und besseres Schwert. Aber Leute, wie gesagt, ich habe halt gar nichts. Ich habe null. So. Habt ihr nicht mal mehr Bock hier reinzugehen, Leute? Was habe ich da gerade geöffnet? Ich weiß nicht. Ich würde mal gerne in die Küche einbrechen. Oh, ist euch egal. Das ist leer. Ich habe hier umsonst Sachbeschädigung bege... Oh Gott. Ich sollte das nicht unten in der Leiste haben. Die haben Weed, Leute. Wir haben Weed. Daraus können wir Brot machen. Will irgendjemand Brot? Was haben wir denn jetzt? Work Period. Ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten. Oh, jetzt habe ich hier immer noch... Ich weiß nicht, ob ich Brot verkaufen kann. Kann ich Brot verkaufen? Ich weiß es nicht. Da hinten brauchen wir auch einen Schlüssel. Das ist doch scheiße alles. So. Okay, jetzt wird wieder sauber gemacht, Leute. Die Dreckdinger sind wahrscheinlich wieder da. Und ich will Intelligence dazu bekommen. Guck mal, der Dreck ist wieder da. Das ist immer an der selben Stelle. Immer an der selben... Obwohl, war das dieselbe Stelle? Ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt versuchen, alles in der Zeit zu schaffen. Aber das haben wir doch... Haben wir das letzte Mal... Nee, das letzte Mal haben wir es nicht geschafft. Wir haben das letzte Mal nicht alles in der Zeit geschafft. Aber das wäre dann ein richtig stressiger Job. So, ich gehe... Da, da hinten war Dreck. Ich gehe hier lang. Ich hoffe, die Zeit reicht mir diesmal. Also, die würde ja nicht so getaktet sein, dass ich es gerade nicht schaffe. Das wäre richtig scheiße. Vor allem, weil die auch random spawnen, glaube ich. So, jetzt haben wir da links doch noch was, oder? Ja, guck mal, hier fehlt immer noch irgendwas. Warum auch immer. Aber das war es doch jetzt. Jetzt habe ich doch... Ne, jetzt habe ich den ganzen Dreck weggemacht. Jetzt ist das Gefängnis wieder sauber. Das Gefängnis ist sauber und ordentlich. So wie sich das gehört. Und ich kriege keine Intelligenz dazu. Warum? Wie unfair ist das denn eigentlich alles? Alter, willst du mich jetzt boxen? Warum? Warum will er mich boxen? Habe ich Brot im Winter, weil ich nicht... Oh nein. Bitte zieht mir nicht das Weed und nicht das Brot ab. Oh nein. Ich muss das alles in den Trichter jetzt gleich machen. Oh nein, 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 nein. Das gab es mehr. Das Geld auch? Oh Gott. Was macht ihr denn? Ja, mein Freund. Willst du Stress, hä? Willst du aufs Maul, mein Freund? Oh, oh, oh. Da kam viel. Ja. Schön. Wie oft lande ich hier, Leute? Wie oft lande ich hier? Halt, da steht der immer noch drum rum. Okay. So langsam aber sicher, muss ich echt mal hier fliehen. Schau mal. Ist mir scheißegal, Mann. Ich muss jetzt Cash machen. Ich muss Cash machen. Und dann... Intelligenz irgendwie brauche ich. Ich brauche irgendwie Intelligenz. Oh, bitte sagt mir nicht, dass meine... Das Brot. Sehr gut. Ich muss auch gleich schauen. Ob irgendjemand tatsächlich Brot kauft. Beziehungsweise Weed vielleicht sogar kauft. Wie alles von mir verstaut ist. Nein, hier kann man sogar Brot rausholen. Och, dann bin ich dumm. Ich glaube wohl nicht, dass jemand Brot kauft. Och, Mann. Vielleicht Weed. Ja, Weed glaube ich auch nicht. Was ist denn hier drin? Es gibt doch so einen Raum mit Stolen Items. Ich werde mir jetzt gleich meine Spitzhacke kaufen. Ah, die sind eigentlich in der Dusche, ne? Hi, Jungs. So ist scheißegal, dass ich hier rumlaufe, oder? Ist euch? Egal. Ja. Okay. Was haben wir... Was ist das hier nochmal? Ah, das ist die Schauer. Das ist richtig. Okay. Will irgendjemand Weed vielleicht? Ich glaube eher nicht, ne? Das wäre sehr, sehr dumm. Oh, Scharpen ist eins. Alter, das kostet aber extrem viel. Ich hätte gerne die Spitzhacke. Wer verkauft hier die Spitzhacke? Irgendjemand, der die Spitzhacke verkauft? Hallo? Nein. Nein. Irgendjemand war das doch. Irgendjemand hat... Der. Oh, brauche ich da viel dafür. Das kann ich ja vergessen. Oh nein. Evening Call. Ach, scheiße. Vor allem, was ich auch vergessen kann, ist das ganze Weed hier. Ist ja... Ist ja kacke. Weg, 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 weg. Ja, schön, ne? So, mein Cleaning Brush nehme ich immer mit. Lassen wir schnell den Job machen. Leute, es gibt irgendwo einen Raum, wo die Stolen Items drin sind. Ähm... Sind die hier drin? Landing Bay. Aha. Wo haben wir die roten Schlüssel? Ähm, irgendwo sind die Stolen Items drin. Was ist das hier? Job Center? Iron Smelter? Wisst ihr was, Leute? Ich werde einfach hier einbrechen, den Iron Smelter Job. Ich werde einfach von hier... Da ist keiner. Ich werde einfach mich von hier da durchgraben, Leute. Ich werde mich einfach da durchgraben. Kriege die Blöcke nicht gedroppt, warum auch immer. Aber... Ich will die aber gedroppt bekommen. Ich komme doch nie wieder hier raus, verdammte Kacke. Doch, okay, jetzt. Okay, Leute. Das merkt keiner. Ich werde mich einfach in den Iron Smelter Job reinspugeln. Haha. Oh, oh. Okay, okay. Ist das noch die Mauer? Nein. Wir sind durch. Okay, okay. Wir haben den Weg. Ich weiß nicht, ob das... Das ist nicht illegal. Und... Das ist... Oh, Gott. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Das ist der Guard. Okay, pssst. Leise, Leute. Er hört uns nicht. Hier können wir uns Iron rausholen. Wir holen mal ganz viel. Und das Iron können wir brennen. Und das verbrannte Iron, beziehungsweise das gebrannte Item, äh, Iron, das können wir jemand anders verkaufen. Und wir dürfen nicht durch diese Tür durch. Dafür habe ich ja meinen Geheimgang. Wir werden jetzt einen Stack mal reinmachen. Lass das mal braten. Und mach mal so, als ob wir von nichts wissen. Wir schmeißen das einfach hier rein. Und ihr seht schon, wir haben auch... Oh, wir hatten so viel Kohle. Ähm, Work Period. Ja, Leute. Ich arbeite. Haha. Okay. Ihr seht schon, hier könnte man das Iron reinmachen. Ähm, one at a time. Ähm, ich... Okay, die Kohle brauchen wir auf jeden Fall. Aber Leute, wir haben das gut umgangen, die ganze Aktion hier, glaube ich. Lauf nicht in meine Boxbahn, mein Freund. Und dann werden wir morgen auf jeden Fall... Ähm, vielleicht sogar schon ausbrechen. Ich glaube... Der hat ein Eisen getroppt. Warum hat der ein Eisen getroppt? Ah, die dropen manchmal Eisen, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Nein! Da ist eine Alarmanlage. Da war eine Alarmanlage. Bin ich dumm. Ich laufe mit dem Eisen durch die Alarmanlage. Ich Idiot. Oh Gott. Ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot. Okay, auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Ich hab nix. Ja, mach du ruhig. Komm. Kann ich ihn töten? Ich hab... Ich hab 60. 69 Stärke. Oh Gott. Das wären zwei, das unfair. Ihr seid drei, das wäre unfair. Okay, okay, okay. Ich würd sagen, Leute, das war's heute mit dem Video. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020